Das Humboldt-Forum, das ist ein Universalmuseum mitten in Berlin auf der Spreeinsel. Sollte eigentlich ein Ort des Wohlfühlens sein, der guten Gefühle, der Kunst und der höheren Künste. Und jetzt das. Mitarbeiter bezeichnen das Humboldt-Forum als Haus der Angst, denn sie werden dort systematisch gemobbt. Das kommt nach übereinstimmenden Recherchen von ZDF und Spiegel raus. Und was wirklich schlimm ist, da werden Gesundheitsdiagnosen einfach mal so in die Mitarbeiterakte reingeschrieben bei der Humboldt-Forum-Service GmbH. Und die Mitarbeiter selbst fühlen sich schikaniert, denn da sind Schlafstörungen stehen dort. Wenn man sich für einen Betriebsrat interessiert hat, ist das direkt aufgeschrieben worden. Oder wenn man psychische Probleme hat, ist das auch notiert worden. Ich sage euch, was ihr tun könnt, wenn ihr von eurem Arbeitgeber gemobbt werdet. Und ich zeige euch auch auf, wie viel Geld ihr bekommt, wenn eine Überwachung in so einer Form stattfindet, wie das hier beispielsweise beim Humboldt-Forum war. Und wenn ihr herausfinden wollt, ob ihr überwacht werdet, zeige ich euch auch einen kleinen Kniff in diesem Video. Also bleibt dran. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienkanzlei Wilde Beuger & Solmecke. Und wenn ihr Bock habt, abonniert gern diesen Kanal. Das Humboldt-Forum war auch in der Vergangenheit immer mal wieder im Zentrum der Kritik, weil sie Raubkunst ausgestellt haben. Da geht es also um Kunst von geraubten Schätze von fremden Völkern. Aber jetzt steht das Humboldt-Forum wegen einem ganz anderen Skandal in der Kritik. ZDF und der Spiegel haben gemeinsam herausgefunden, dass das Arbeitsklima dort demütigend und militärisch gewesen sein muss. Mitarbeiter sollen da systematisch gebrochen worden sein. Und die Liste der Vorwürfe, die ist wirklich lang. Eine große Zahl der Beschäftigten der Humboldt-Forum-Service GmbH beklagte eine Demütigung und Überwachung und schildert eine gewisse Schikane. Als Beispiel, da gibt es Mitarbeiter, die waren zunächst mal im Besucherservice eingesetzt als Hilfskräfte. Waren sie dort tätig, sollten die Besucher betreuen. Aber in der Pandemie gab es ja keine Besucher. Und deswegen hat man gesagt, naja, weil ihr keine Besucher betreuen habt, seid ihr jetzt eben unser Wach- und Schließdienst. Und teilweise mussten die leere Räume bewachen. Ziemlich, ja, ziemlich demütigen, muss man sagen, leere Räume zu bewachen. Und es sei verboten worden, zunächst zu sitzen, zu lesen oder das Handy zu benutzen. Und den Posten durfte man angeblich über Stunden nicht verlassen. Hätte damit auch Probleme gehabt, weil man kaum auf Toilette gekommen wäre. So jedenfalls die Mitarbeiter gegenüber ZDF. Und Spiegel, das Humboldt-Forum dementiert die Vorwürfe. Was aber das Humboldt-Forum wirklich nun gar nicht dementieren kann, ist, dass die Vorgesetzten lange Listen geführt haben, wo sie sich in herabsetzender Weise über die Mitarbeiter geäußert haben. Und gesagt haben, oh, der hat Psychoprobleme, der hat Schlafstörungen, der hat Fragen nach einem Betriebsrat gestellt. Und dann wurde der direkt als kritisch oder sehr kritisch eingestuft, dieser Mitarbeiter. Ein anderer steht als Sprecher der Armen auf dieser Liste. Das ist ja Wahnsinn, welcher Arbeitgeber führt solche Listen über seine Mitarbeiter? Schlafstörungen und so weiter. Manchmal wurde gesagt, bringt sich intellektuell ein und Konsequenzen für Fehlverhalten, Gehaltskürzung stand da ganz konkret mit drin. Denn natürlich gab es immer wieder Fluktuation beim Humboldt-Forum. Fast 50 Mitarbeiter sind zwischenzeitlich gegangen. Also 50 sind drauf auf der Liste und zwei Drittel von denen wurden als kritisch oder sehr kritisch eingestuft. Und das ist wirklich ein Großteil der 75 Mitarbeiter, muss man ja hier sagen. Weil solche Informationen wie Gesundheitsdaten besonders kritisch sind, ist es so, dass jetzt die Berliner Datenschützer darauf aufmerksam geworden sind. Und die finden das gar nicht so lustig, dass man das alles in die Personalakten reingeschrieben hat. Denn so Informationen wie psychischer Zustand, Schlafstörungen, das sind sehr, sehr sensible Gesundheitsdaten. Die darf man als Arbeitgeber nicht so einfach in die Personalakte schreiben. Es sei denn, man hat hier irgendwelche Verträge in der Gesundheitsbranche abgeschlossen, was aber beim Humboldt-Forum sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Und es ist einfach illegal, die aufzuschreiben oder digital zu speichern. Das ist schon mal ein großer erster Verstoß. Die Sache mit der Frage nach dem Betriebsrat ist kein Verstoß gegen diese Kategorie der Gesundheitsdaten. Das ist klar. Sondern da geht es allgemein darum, auf welcher Basis sind die Daten denn gespeichert worden. Da gibt es eine Möglichkeit der Einwilligung. Aber keiner, der nach einem Betriebsrat gefragt hat, hat eingewilligt, dass diese Frage auch gespeichert wird. Und insofern muss man eine Güterabwägung machen. Wie groß ist das Interesse des Arbeitgebers, die Frage zu speichern nach dem Betriebsrat? Und wie groß ist das Interesse des Arbeitnehmers, dass die Frage nicht gespeichert wird? Und dann gibt es Grundrechte des Arbeitnehmers, Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Und nach diesem Grundrecht muss man sagen, nö, darf auch nicht gespeichert werden. Also die Gesundheitsdaten dürfen nicht gespeichert werden und die Frage nach dem Betriebsrat auch nicht. Und es gab jetzt diese Ermittlungen und die Bußgeldhöhe fürs Humboldt-Forum, die kann beträchtlich sein. Bis zu 20 Millionen Euro oder 4% des Konzernjahresumsatzes. Naja, 4% so groß wird der Konzernjahresumsatz beim Humboldt-Forum nicht sein. Aber dann eben die bis zu 20 Millionen, das ist auch schon heftig. Und es gab einen ganz prominenten ähnlichen Fall vor gar nicht allzu langer Zeit, nämlich H&M. Die haben auch ihre Mitarbeiter überwacht und schikaniert und gingen wirklich nicht gerade zimperlich mit denen um. Da wurden Urlaubs- und Krankheitsabwesenheiten zunächst mal gecheckt, überprüft, logisch. Aber dann wurde danach nach Krankheitssymptomen und Diagnosen gefragt. Das wurde akribisch festgehalten und die Chefs, die haben auch jedes Flurgespräch bei H&M mitgetippt, in die Personalakte geschrieben, so dass man nachher ein umfassendes Bild auch über familiäre Probleme der einzelnen Mitarbeiter hatte und Zugriff hatten darauf 50 Führungskräfte. Also wirklich dramatisch, was da bei H&M passiert ist und 35 Millionen Euro Strafe musste H&M zahlen. Ja, so viel wird beim Humboldt-Forum nicht kleben bleiben, aber ein paar Millionen sind da auch schon drin. Naja, was es für euch als Mitarbeiter jetzt bedeutet, gemobbt worden zu sein und welche Ansprüche ihr habt, das erkläre ich euch jetzt. Aber wer das genauer wissen will, schaut doch jetzt schon unten in die Caption. Da habe ich euch das nämlich mal ganz genau aufgeschrieben. Zunächst mal, ihr braucht Auskunft darüber, was ist überhaupt über euch gespeichert worden. Da gibt es einen Auskunftsanspruch, der ergibt sich aus Artikel 15 der Datenschutz-Grundverordnung. Steht drin, ihr habt einen Anspruch darauf, dass man euch sagt, welche Daten hat der Arbeitgeber für euch gespeichert. Und jetzt kommt's. Da ist auch jedes handschriftlich gespeicherte Stück mit drin, jede E-Mail ist da drin. Alles, was irgendwie euren Namen trägt und auf eure Person bezogen ist, muss der Arbeitgeber rausrücken. Das ist schon ziemlich heftig, muss ich an dieser Stelle sagen. Der Bundesgerichtshof hat es im Juni letzten Jahres genauso festgestellt. Alles, was über euch gespeichert worden ist. Egal, ob ihr da jetzt noch arbeitet, uns beriftet ja nicht nur das Humboldt-Forum, sondern jeden anderen Arbeitgeber auch, oder ob ihr da mal früher gearbeitet habt. Könnt ihr machen, kostet auch nichts. Hier, Artikel 15, darf man nur nicht zu Schikanezwecken verwenden, ist ja klar. Aber hier geht es ja nicht um Schikane, hier geht es darum, dass man das Gefühl hat, ich bin gemobbt worden und ich will jetzt mal alles, jede verdammte Notiz über mich will ich haben. Und das kann jeder, der jetzt mit seinem Arbeitgeber nicht zufrieden ist, mal machen. Kann sagen, hier, nach Artikel 15 DSGVO möchte ich bitte Auskunft über meine personenbezogene Daten und zwar alles. Siehe, BGH-Urteil aus Juni 2021. Das ist das Erste, erstmal der Auskunftsanspruch. Für den Arbeitgeber nicht so ganz easy, das immer zu erfüllen. Da müssen Sie sich lang machen. Wenn Sie euch nicht die vollständigen Informationen geben, wird es richtig teuer. Das heißt, da ist es Pflicht des Arbeitgebers, euch umfassend jedes gekritzelte Papierchen über euch rauszugeben. Und dann kommt nach dem Auskunftsanspruch der Schadenersatzanspruch. Wenn man dann feststellt, hier ist irgendwas nicht richtig gelaufen, dann habt ihr, obwohl ihr keinen echten Schaden habt, sondern nur so ein ungutes Gefühl, einen sogenannten immateriellen Schadenersatzanspruch. Und der hat es in sich. Das Landesarbeitsgericht in Hamm hat bei einer Mitarbeiterin gesagt, die kriegt 1000 Euro, nur weil der Arbeitgeber ihr nicht die Anzahl der gespeicherten Überstunden nennen wollte. Ja, ist ein personenbezogenes Datum, nach DSGVO 1000 Euro. Weil es sie auch nicht so riesiges Interesse nachher mal an der Anzahl hatte, hat das Landesarbeitsgericht Hamm gesagt, na gut, dann halt nur 1000 Euro. Anderer Fall, da ging es um Scalable Capital, die kennt ihr vielleicht, die machen gerade groß Werbung, ist schon online. Der Broker, glaube ich, so Vermögensverwalter Broker, die hatten Daten abhanden kommen lassen. 2500 Euro pro Person für jedes abhandengekommene Datum. Und da könnt ihr euch vorstellen, wenn das schon so teuer ist, was es dann erstmal bedeutet, wenn sensible Gesundheitsdaten wie psychologische Störungen, Schlafstörungen und so weiter gespeichert worden sind. Also, mein Angebot an alle Mitarbeiter des Humboldt-Fonds und an jeden, der mal wissen will, was sein Arbeitgeber über ihn gespeichert hat. Schaut unten mal in die Caption, da ist ein Link. Ihr könnt euch darüber bei uns melden und wir schauen, was wir da für euch tun können. Und nochmal, sie geht eine Menge. Und wenn wir feststellen, dass in den ganzen Dokumenten, die wir dann bekommen, Mobbingvorwürfe drin sind, oder eben solche Speicherungen von Daten, die da nicht reingehören, naja, dann kann man was tun. Und es gibt einige tausend Euro Schadenersatz. Also, vielleicht passt das ja für den einen oder anderen. Ich fand es ganz schön krass, dass so etwas wie eine kulturelle Institution wie das Humboldt-Forum das mit den Mitarbeitern macht. Das Humboldt-Forum selbst, beziehungsweise die Humboldt-Forum-Service GmbH, das ist höchstwahrscheinlich die Gesellschaft, die die Mitarbeiter anstellt. Das ist eine Untergesellschaft des Humboldt-Forums, ich meine, das Humboldt-Forum selbst ist ja eine Stiftung. Das hat mich schon einigermaßen, ja, geschockt, dass es da so etwas gibt. Mal schauen, was für Kreise das noch zieht. Ich werde euch darüber auf alle Fälle auf dem Laufenden halten. Wer bis dahin nicht warten kann, hier noch zwei Videos, die euch ebenfalls interessieren könnten. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Danke fürs Zuschauen, tschüss und bis dahin. Vielen Dank. Vielen Dank.